So, Alex und ich bauen jetzt hier gerade schon mal die Halteleiste an für die spätere Mooswand. Wir haben uns da eine eigene Strategie überlegt. So, jetzt haben wir dir gezeigt, wie wir unsere Wandflächen gestalten können mit einem Echtmoos, mit Gräsern aus der Natur, mit Blätterwerk aus der Natur. Auf einer Wandbreite von 3,20 Meter haben wir jetzt eine kleine Installation in einem Büro, in unserem Büro gemacht, um dir zu zeigen, wie cool das aussehen kann. Willst du mehr davon erfahren, klicke hier unten www.benettimoss.de und nimm Kontakt mit uns auf. Also, wir freuen uns, dich bald kennenzulernen. Das bieten wir dir in ganz Deutschland an mit dem Netzwerk der MeinMalerPartner, auch die LieblingsMaler.de. Bis bald. Ciao. Wieder eine gute Arbeit von Alex Sasse und von uns. Hat Spaß gemacht, die grüne Wand im Büro. Auch für dich, Alex. Bis bald. Bis bald.